Ich bin sicher zielstrebig, aber auch ruhig und ausgleichend. Ich würde sagen, auch eher ruhig, zurückhaltend, aber auch verlässlich, auch wenn es sofort kommt. Ich bin Peter Egglin, Ständerat aus dem Kantenzug. Ich setze mich ein für eine Wirtschaftspolitik, die nachhaltig ist, solidarisch ist, die auch gewisse Wachstumsperspektiven eröffnet. Damit haben die Unternehmen den notwendigen Spielraum. Gleichzeitig haben wir aber auch Regeln, wie man das umgeht gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Die EVP trägt diesen Wert, sei es mein Bankenplatz, ihm Finanzplatz. Der Finanzplatz, der wichtige Grundlage bietet für unseren Wohlstand, für gute Verdienstmöglichkeiten, und interessante Arbeitsplätze, die unsere Jugendperspektiven in Zukunft gibt. Beispielhaft Kantenzug, die hier sehr gut unterwegs ist. Wir haben auch Firmen, die national und international bekannt und gross geworden sind. Z.B. die VZUG mit ihren Haushaltsgeräten, die sie herstellen, qualitativ im Hochpreissegment, möglich sogar gegenüber internationalen Konkurrenten bestehen. Ich glaube, all das gibt Grund genug, um mich und das EVP an der kommenden Wahl zu wählen. Ich hoffe, es sind framtlich. Ich fühle mich zum Beispiel. Ich hoffe, es gibt's für deine Familie. Untertitelung des ZDF, 2020